Die Datenlage bei uns ist deshalb so schlecht und wir können deshalb so schlechte Vorhersagen machen, weil wir im Moment zwei Phänomene haben. Zum einen sehen wir, dass die Zahl der Meldungen von Infektionen stark ansteigt. Das ist ein sogenanntes exponentielles Wachstum, was wir da beobachten. Eine Vervielfältigung oder Vervielfachung der Infektionszahlen in jeweils einem bestimmten Zeitraum. Aber was auch passiert ist, dass die Zahl der Testungen ebenfalls exponentiell wächst. Also während wir vor ein paar Wochen kaum auf das Coronavirus getestet haben, testen wir inzwischen sehr, sehr häufig und sehr, sehr viel. Und das führt dazu, dass ganz große Unklarheit herrscht, wie sich die Infektionen wirklich entwickeln. Man kann sich das so vorstellen, wir würden einen Test machen, um zu bestimmen, wie viele Frauen in Deutschland leben. Und im ersten Test würden wir vielleicht zehn Menschen durchtesten und da würde dann rauskommen, von den zehn Menschen sind fünf Menschen Frauen. In der zweiten Woche würden wir mehr Teste durchführen, vielleicht 20. Und dann würde sich herausstellen, wir haben schon elf Frauen gezählt von diesen 20 und in der nächsten Woche wären es dann vielleicht schon 40 Teste. Und da würde rauskommen, es sind 23 Frauen. Und wenn wir dann die Testergebnisse hintereinander uns anschauen, dann sehen wir, in der ersten Woche waren es fünf Frauen, dann waren es elf und dann 23. Also wir haben ein Wachstum der Frauen, der Menge an Frauen in Deutschland. Was natürlich nicht stimmt, die Menge an Frauen in Deutschland ist gleichbleibend. Aber das zeigt dieses Beispiel, dass wir Wachstumskurven sehen können, die möglicherweise gar nicht da sind, wenn wir die Zahl der Testungen einfach erhöhen. Und aus diesem Dilemma kommen wir eigentlich nur dadurch raus, dass wir dazu übergehen müssen, Stichproben-Testungen zu machen. Dass wir also eine bestimmte Anzahl von zufällig ausgewählten Menschen in Deutschland testen und dann sehen, wie sich die Menge an Coronavirus innerhalb dieser Stichprobe verändert. Ganz ähnlich, wie man das bei Sonntagsfragen macht, wen würden sie nächsten Sonntag wählen, wenn sie zur Wahl gingen. Da reicht dann die Befragung einiger weniger aus, um zumindest einen Eindruck zu bekommen, wie viel Prozent würden die einzelnen Parteien bekommen. Und wenn wir solche Testungen durchführten für Coronaviren, dann hätten wir eine sehr viel bessere Datengrundlage, um abschätzen zu können, ob die Infektionen in Deutschland steigen, wie sehr sie steigen oder ob sie möglicherweise inzwischen schon stabil sind oder vielleicht sogar zurückgehen. Und diese Informationen sind ja nicht nur wichtig für die Krankenhäuser, um planen zu können, was da auf sie zukommt, sondern insbesondere auch für die Politik, die Entscheidungsträger bei uns, um zu sehen, ob die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, etwas gebracht haben, ob man sie gegebenenfalls lockern kann. Das sind ja auch Maßnahmen, die sehr, sehr viele von uns betreffen, die wirtschaftliche Existenzen bedrohen werden und die man natürlich nicht beliebig lange aufrechterhalten kann. Und insofern wäre es gut, wenn wir dort unsere Daten auf eine viel bessere Grundlage stellen können. Und insofern wäre es gut.